Jeder, der die ein paar AirPods oder ähnliche Kopfhörer besitzen weiß, dass die Ohrstöpsel drei Löcher haben. Aber zum Entsetzen dieser irritierenden Personen, die in öffentlichen Verkehrsmitteln ihre Musik voll aufspielen, diese äußeren Löcher übertragen eigentlich keinen Ton. Diese helfen dabei, den Luftstrom im Ohrhörer zu kontrollieren. Wenn Geräusche die Kopfhörer vibrieren lassen, durch die Löcher kann Luft entweichen, den Druck im Inneren verringern. Dieser reduzierte Druck ermöglicht Schall, klarer und mit besserem Bass übertragen werden. Diese Löcher sind für die internen Mikrofone. Jetzt können Sie also beruhigt sein, dass all diese Löcher in Ihren neuen AirPods stammen nicht von hungrigen Mäusen mit Appetit auf Äpfel.